Ja, da ist der Goblin Hovel und da sind noch Goblin Hovels, also so einfache Hütten, die wir einfach zerstören können. So. Da fehlt nur noch das Fetzelchen hier. Ja, zum Glück hatten wir auf jeden Fall von Anfang an eine Warrior-Guilde. So, das war vielleicht schon das... Das war sogar schon das letzte Gebäude. Jo, wir haben den Goblin-Angriff geschafft. Wir müssten damit, genau, das Tomb of the Dragon King auf jeden Fall freigeschalten haben. Ja, dafür brauchen wir erst das Quest der Krone und das Quest des Graals. Da haben wir immer noch die drei Experten-Quests hier, die zwei Experten-Quests hier und das Experten-Quest, was wir hier freischalten. Damit wir das End-Quest hier unten freischalten können. Weil für die Quest hier oben... Die verschieben wir definitiv auf nachher, wenn wir den Rest geschafft haben. Okay, wir haben die Mission jetzt geschafft. Im 14-Tag ist das krank. Nehmen wir Quest for the Magic Ring jetzt an. Majesty, I fear my vision grows alarmingly dim. The Dark Plague, which grips our land, does not respect the boundaries of these castle walls. This epidemic sweeps through our land, leeching away the very life from your royal subjects. Her best Doktors seem unable to slow the pace of this dread disease. Before slipping into unconsciousness, the mighty wizard Brasenthal insisted that there was only one way to halt this affliction. You must recover the ring of healing, which the legends say is located somewhere in Ardenia. Please, your majesty, act with greatest haste. Ja, unser Berater liegt im Sterben. Wir müssen nur den Healing Ring recover. Es gibt keine Restrictions, keine Zeit, die wir einhalten müssen, auch wenn unsere Bevölkerung stirbt. Aber wir sollten uns trotzdem beeilen. Oh, wir haben den Tempel of Hela von Anfang an. Das ist schon mal nicht schlecht. Und komm, bauen wir auch gleich den genauen Hauvel auf. Es appears that there is another kingdom in this room. Okay. Ist die Frage, sind sie uns freundlich oder feindlich? Gesinnt. Ja, Damen mit großen Keulen. Okay, die zwei, die zwei reichen erst mal. Wir hauen mal drei Gnome raus, die beim Bauen helfen sollen. So, Marketplace hier oben. Gleich mal von zwei Garthäusern flankieren. Wobei ein Garthaus hier oben reicht. Ich werde das zweite lieber hier unten hinsetzen. Weil die übernehmen ja jetzt noch den Schutz. So, Rangers Gilde. Mal hier hinsetzen. Und noch ein Gnom. Das schnell, das schnell gebaut wird. Gut, Garthaus ist fertig. Dann hauen wir bald ein paar Rager raus. Und gleich mal den Marketplace. Und gleich mal den Marketplace. So. Mehr Rachel. Okay, unsere Helden gehen auch beim Indus Nachbar Königreich. So, Hüning Potions noch. Und da geht uns langsam das Geld aus. Deswegen versuchen wir doch, so stellen wir wirklich... Dings zu bauen, eine Kriegergilde. Deine Majestät. Die Royal Treasury ist näherlich empty. So, mehr können wir gerade im Augenblick nicht tun. Ich könnte zum Beispiel bei dir runterschrauben, dass du jetzt so bald wie möglich zum Schloss zurückkehrst. Oder doch mal beim Marktplatz hausieren gehst. Oder doch mal beim Marktplatz hausieren gehst. Ja, du hast genug Geld dabei, dass wir dann zwei Krieger ausbilden können, für mehr Schutz. Oh, und wir kriegen Geld vom Nachbar Königreich, weil die uns scheinbar nicht feindlich gonsonnen sind. Das ist sehr gut. Das heißt, wir werden als nächstes gleich den Marktplatz upgraden. So, da wir diesen Tempel haben, weiß ich nicht, welche Tempel wir bauen können. Es steht nämlich leider in den Beschreibungen von den Tempeln nicht drin, welche Tempel sich gegenseitig ausschließen. So, gleich den Barttag, den Protection-Ring, den lassen wir mal. So. Krieger. Oh, Goblin-Camp. Oh, ein schwerer Krieg. Kreature denn? Ich hoffe. Soverein, ein Gebäude hat sich aufgebaut. Lieber erst mal gleich wieder einen Markthag rausschmeißen. Und dann muss ich gucken, dass ich den Palast eigentlich upgrade habe, aber dann haben wir kein Geld mehr. Von daher werde ich erst mal gucken, diese Goblins auszuschalten. Oh, sie haben Bonks. Möchte sind eigentlich verdammt stark in dem Spiel. Ja gut, dass sich die Ranger nicht mit den Skeletten anlegen wollen, das ist verständlich. Ja, wir locken gerade wirklich ein paar Helden an. Auch aus dem Nachbarkindem. Und dann sind wir aber schon mal wenigstens die Goblins da weg. Ja, tatsächlich verdammt viele Helden vom Nachbarkindem, die wir da anlocken. Hm. Okay, wir machen unseren Marktplatz mal auf Maximum. Woher habe ich meine Schäuze? So. Markthag. Wo auch immer die unterwegs sind. Was sagt die Helden-Gelde? Hunting. Ah. Er sagt bloß, ihr jagt alle die eine Ratte. Soverein! Ein Gebäude wurde upgradeiert. Da ist die Krieger-Gelde vom Nachbarland. Hm. Ich bin gewählt, eine Diebes-Gelde zu bauen. Einfach in der Hoffnung, dass unsere Diebe einfach so blöd sind und die Gegner das andere Königreich ... Kann ich beklauen. Ach, Heiho! Deinekommen! Ein neues Schaum wird ¡K breve! Rager gegen Wolf. Ich hoffe, bei der Ranger hat Potions. Ja, eine hat er gehabt. Gut. Noch eine Goblin Cave. Ein Kreature, dann. Und es kommt langsam Geld in unsere Kassen. Haben wir jetzt erstmal Vokes. Ausbilden. Wirst du gleich shoppen oder wirst du mich beklauen gehen? Ah, ihr geht shoppen. Okay. Und die Krieger, äh, die Diebesgliede gleich mal aufspawn. So, als nächstes sparen wir aber wirklich auf den Ausbau des Schlosses. Jetzt, wo ich drei volle Gilden habe. Und noch den Tempel von Helia fast halb voll. Oh, ein heiliger Weiher. Da ist die Hidden Wingside. Okay. Mein Dieb klaut fleißig. Ich weiß halt nicht, was passieren würde, wenn das andere Königreich die Wingside zuerst leeren würde, äh, zerstören würde. Dann würde ich, müsste ich mich mit dem anderen Königreich um den Ring schlagen wahrscheinlich. Deswegen lasse ich die Wingside erstmal in Ruhe. Guck, dass ich Geld zusammen sammle, dass ich meine, äh, mein Schloss upgraden kann. Weil sie sehen auch nicht gerade schwach verteidigt aus. So. Wir lassen lieber meine Ranger, unsere Ranger mal weiter erkunden, ob es auch irgendwas Wertvolles gibt. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017